Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Kann sich der DFB überhaupt einen neuen Trainer leisten? Dem DFB droht die finanzielle Pleite, wenn es so weitergeht. Im Jahr 2021 hatte der mitgliederstärkste deutsche Sportverband, DFB, ein Eigenkapital in Höhe von rund 138 Millionen Euro. Nun ist der Trainer Flick nach der Niederlagenserie entlassen worden, dessen Vertrag jedoch weiterläuft und den DFB daher weiter Geld kostet. Kann sich der DFB angesichts seiner finanziellen Situation überhaupt einen neuen Trainer leisten, wie etwa Julian Nagelsmann? Nachfolgend vergleichen wir hier den Ertrag mit dem Kostenaufwand, ein Verhältnis, das sich immer weiter verschlechtert hat in den letzten Jahren. Das Ergebnis spiegelt nicht den Gewinn oder den Verlust wider, weil wir zum Beispiel nicht steuerliche Rückzahlungen oder sonstiges in dieser Aufstellung berücksichtigt haben. Zur genaueren Analyse verweisen wir auf die Bilanzen des DFB. Hier die DFB-Finanzdaten von 2015 bis 2021. Probleme des DFB mit der Finanzverwaltung Hierzu schreibt der DFB in seiner veröffentlichten Bilanz, Zitat, Der Abschluss des DFB weist nach planmäßiger Verwendung entsprechender Rücklagen für das Jahr 2021 ein deutlich negatives Ergebnis aus. Verantwortlich dafür ist die von der Finanzverwaltung per Schreiben vom 31. August 2022 angekündigte Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015. Der Fehlbetrag des Jahres 2017 als Folge des Entzuges der Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 wird weiterhin zusätzlich als Verlustvortrag in der Bilanz ausgewiesen. In dem Steuerfestsetzungsverfahren zum sogenannten Sommermärchen liegen mittlerweile abweisende Einspruchsentscheidungen des Finanzamtes vor. Der DFB hat gegen diese bescheide Klage beim hessischen Finanzgericht in Kassel eingereicht. Zitat Ende. Wie auch schon andere Medien berichteten, wird dem DFB demnach von den Finanzbehörden im Zusammenhang mit Einnahmen aus der Bandenwerbung der betreffenden Jahre 2014 und 2015 Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der DFB bildet nun fleißig Rücklagen. Da kommt der Misserfolg der A-Nationalmannschaft, die finanziell alles am Laufen hält, sehr ungelegen. Schauen wir uns hierzu die Ranglisten der einzelnen Nationalmannschaften einmal an. Diese sind relevant für Sponsoren und spiegeln gleichzeitig auch die Einnahmen wider, welche in Turnieren durch gute Platzierungen erzielt worden sind. War die deutsche Nationalmannschaft bis Ende 2017 noch unter den Top 4, dümpelt sie seit 2018 zwischen Platz 12 und 16 herum. Aktuell liegt sie auf dem 15. Platz, hinter Mexiko, der Schweiz und Marokko. Enorme Ausgaben Es ist nicht verwunderlich, dass Sponsoren die Höhe ihres Sponsorings anhand der Erfolge festmachen. Mit derzeit Platz 15 ist Deutschland zwar nicht im Niemandsland, aber der Kredit der Sponsoren sinkt. Unangefochten auf den oberen Plätzen stehen die Gehälter, wie zum Beispiel das des kürzlich entlastenden Trainers Hans-Dieter Hansi Flick. Der kassierte pro Jahr ca. 6,5 Millionen Euro. Damit steht dieser Posten gehaltstechnisch international auf Platz 1. Zum Vergleich verdient der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni als WM-Gewinner nur 2,9 Millionen Euro. Das geht aus einer Liste mit den geschätzten Gehältern aller WM-Trainer des Jahres 2022 des französischen Portals France Football hervor. Der DFB muss aber sparen, denn man weiß nicht, was steuerlich für die anderen Jahre noch auf den DFB zukommt. Fehlende Prämien und sinkende Werbeeinnahmen lassen die Köpfe von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Schatzmeister Stefan Grunwald rauchen. Zunächst soll es aber keine Einsparungen bei den 21 Landesverbänden geben, denn daraus schöpft der DFB indirekt den Nachwuchs. Wie also will jetzt der klamme DFB einen hochkarätigen Trainer verpflichten? Jürgen Klopp steht nicht zur Verfügung. Das würde auch gehaltstechnisch zurzeit rund 18 Millionen Euro im Jahr bei Liverpool den Rahmen sprengen. Julian Nagelsmann bekommt momentan noch geschätzte 8 Millionen Euro im Jahr und hat noch einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2026. Doch er ist freigestellt und der FC Bayern München könnte dem DFB als Retter entgegenkommen und Herrn Nagelsmann zum DFB schicken und kassiert so gegebenenfalls vom DFB eine Ablöse und reduziert die laufenden Gehaltszahlungen an Nagelsmann. Gewinner ist hier der Trainer, der auf keinen Cent verzichten müsste. Der Schatzmeister Stefan Grunwald warnt in einem Interview beim Fokus am 9.03.2023 vor einer Pleite des DFB. Zitat, dann gibt es den Verband nicht mehr. Vielleicht sollte der DFB, wie eine seriöse Firma das auch tun muss, mit gutem Beispiel vorangehen und endlich die Gehälter für die Führungspositionen reduzieren. Ein Oliver Bierhoff verdiente beim DFB gut 1,5 Millionen Euro pro Jahr. 18 Jahre war er dort tätig. Der DFB-Schatzmeister verdient aktuell ca. 300.000 Euro pro Jahr. Rudi Völler bekommt momentan als Manager beim DFB ca. 1,5 Millionen Euro. Hierzu ist auch ein Artikel des Deutschlandfunks vom 28.04.2022 interessant. Gehälter für DFB-Funktionäre an der Spitze wird heftig geschachert. Trotz aller laufenden Finanzaffären hatten sich die Funktionäre beim DFB-Bundestag im März ein neues Vergütungssystem beschert. Während der Präsident Bert Neuendorf unermüdlich einen Aufbruch in bessere Zeiten verkündet, stehen nun höhere Saläre an, jedenfalls für die Spitzenfunktionäre des Verbandes. Heute spielt Deutschland gegen Frankreich. Vielleicht wird doch alles gut.